So Freunde, hier haben wir jetzt ein 15 seltenes 86 Plus Pack. Was kann das denn hergeben? Da bin ich mal gespannt. Oh, Mitrovic? Ne, es ist tatsächlich 96er Vlaovic. Aber wie gesagt, ratingmäßig heißt das noch nichts. Da kann noch höheres Rating hinter sein. Shapeshifter und Co. Sag ich nur. Okay, sieht nicht danach aus. Undaff. Gutes Rating und... Aber ist in Ordnung. Gutes Futterpack. Sieht sehr, sehr nice aus. Lasst mich hier wissen, was hattet ihr in dem, falls ihr es geöffnet habt. Gerne reinschreiben in die Kommentare.